Florian Silbereisen und Beatrice Egli, zwei der beliebtesten Schlagersänger Deutschlands, haben ihre Beziehung lange Zeit im Verborgenen gehalten. Doch in den letzten Monaten konnte das Paar die Augen der Öffentlichkeit nicht mehr von sich abwenden. Immer wieder wurden die beiden gemeinsam bei öffentlichen Veranstaltungen gesichtet, und ihre Fans haben spekuliert, ob es endlich ernst zwischen ihnen wird. Heute jedoch hat Beatrice Egli in einem exklusiven Interview eine Ankündigung gemacht, die alle Erwartungen übertroffen hat und für reichlich Gesprächsstoff sorgen dürfte. Beatrice begann das Interview mit einem Lächeln, das sowohl Aufregung als auch Nervosität verriet. Florian und ich haben viel Zeit miteinander verbracht, und wir haben uns immer mehr ineinander verliebt, sagte sie offen. Aber Liebe ist etwas, das wächst, und wir sind beide Menschen, die sich weiterentwickeln möchten. Die Fans waren sofort fasziniert von dieser offenen Artikel und die Spekulationen begannen erneut, könnte dies die Bestätigung sein, auf die alle gewartet haben. Beatrice fuhr fort, Florian ist jemand, der mir unglaublich wichtig ist. Er ist nicht nur ein wundervoller Künstler, sondern auch ein großartiger Mensch. Aber wie in jeder Beziehung gibt es Höhen und Tiefen, und wir müssen uns fragen, wie wir damit umgehen. Als Beatrice über die Schwierigkeiten sprach, die in den letzten Monaten aufgetreten waren, wurde klar, dass die Beziehung nicht immer einfach gewesen war. Es gab Zeiten, in denen wir nicht wussten, ob wir weitermachen können, gestand sie. Aber wir haben uns entschieden, nicht aufzugeben. Wir haben uns entschieden, für unsere Liebe zu kämpfen. Dann kam der Moment, der die Fans wirklich schockierte. Beatrice erklärte, Florian und ich haben darüber gesprochen, was unsere Zukunft bringen könnte. Und ich habe ihm gesagt, dass ich bereit bin, diesen nächsten großen Schritt zu gehen, wenn wir uns beide sicher sind, dass unsere Liebe stark genug ist. Das Drama begann sich zu entfalten, als Beatrice verriet, dass Florian gezögert hatte. Er hat mir gesagt, dass er mich heiraten würde, wenn wir beide mehr lieben würden, erklärte sie mit einem Hauch von Traurigkeit in ihrer Stimme. Es war hart, das zu hören, aber es hat mir auch gezeigt, wie wichtig es ist, in einer Beziehung ehrlich zu sein. Diese Aussage warf viele Fragen auf und ließ Raum für Spekulationen, liebt Florian Beatrice nicht genug, oder gibt es andere Gründe für seine Zurückhaltung? Beatrice versuchte, die Situation zu erklären, Florian ist ein sehr nachdenklicher Mensch. Er möchte sicherstellen, dass wir beide wirklich bereit sind, diesen Schritt zu machen, bevor wir es tun. Die Fans waren zwiegespalten, einerseits bewunderten sie Florians Ehrlichkeit, andererseits waren sie enttäuscht, dass das Traumpaar noch nicht den Gang vor den Traualtar geplant hatte. Die sozialen Medien explodierten mit Kommentaren und Meinungen, während die Anhänger des Paares versuchten, die wahren Gefühle hinter den Aussagen von Beatrice und Florian zu entschlüsseln. Doch die größte Überraschung kam erst am Ende des Interviews. Beatrice verriet, dass Florian ihr einen besonderen Vorschlag gemacht hatte, der alles verändern könnte. Er hat mir gesagt, dass er mich in einer besonderen Weise überraschen wird, wenn er sicher ist, dass unsere Liebe für die Ewigkeit ist, sagte sie geheimnisvoll. Ich weiß nicht, was er plant, aber ich bin bereit, es herauszufinden. Diese Worte ließen die Fans in gespannter Erwartung zurück. Was könnte Florian geplant haben? Wird es eine große öffentliche Gäste sein, oder plant er etwas Intimäres, das ihre Liebe endgültig besiegeln wird? Das Interview endete mit einer Botschaft von Beatrice an ihre Fans, Liebe ist etwas, das nicht erzwungen werden kann. Sie muss wachsen um sich entwickeln. Florian und ich sind auf einem Weg, und wir möchten, dass ihr alle diesen Weg mit uns geht. Die Fans sind nun gespannt, was als nächstes passieren wird. Wird Florian endlich den Mut finden, Beatrice seine unsterbliche Liebe zu gestehen? Oder wird die Beziehung eine neue Richtung einschlagen, die niemand erwartet hat? Eines ist sicher, die Liebesgeschichte von Florian Silbereisen und Beatrice Egli ist noch lange nicht zu Ende, und die nächste Wendung könnte alles verändern.